ja leute was geht ab ihr habt schon im titel gelesen dass ich hier kein wert was mir bringen wird auf dem kanal lol und es wird kein wert was mir geben auf dem kanal steht nicht ganz bevor ihr sagt es ist kein fetter clickbait weil ich werde einmal in zwei monaten was eigentlich so gut wie gar nichts mehr ist und es liegt nicht daran dass an schule oder so also ich habe auch schulen so schon klar das ist auch ein problem aber ziemlich an schule es liegt einfach daran dass wir etwas das hat keinen spaß gemacht es geht noch nicht einfach passiert auf dem kanal kein wert was mir geben also falsch aber es liegt an der community und nicht an meiner komitee sondern an der bett was kommt mit ihr allgemein weil wenn ihr mal nachdenkt man wird dauerhaft beleidigt und wird einfach immer und mit drei haben ist eigentlich mein problem ist so und habe ich jetzt kein problem es hat einfach es macht keinen richtigen spaß mehr einfach wenn man einfach dann provoziert wird und einfach es ist einfach wirklich beschissene dass man einfach dauerhaft provoziert wird und einfach auch zu hackt wird zum teil weil hätten ist nicht mehr selten in minecraft so ganz ehrlich gesagt das macht keinen spaß weil die leute sind einfach richtige also es sind einfach dumme leute die einfach bei der spiel zum teil nicht jeder leute bitte nicht falsch verstehen und ich will einfach mit bett was nicht mehr dumme leute anlocken auf meinem kanal es hat mich einfach ultra ab weil bis jetzt habe ich eine ziemlich leise community mit bett was komitee aber die ziemlich korrekt ist sogar sehr korrekt aber seit ich dieses video habe da dieses video wo ich halt hier 1200 klicks drauf hatte ok wenn er so will kann es gerne so haben so jetzt wo mit dem stück noch es geht noch verschlagen hat das hat das ding darum wenn ich einfach nicht mehr bei etwas widerspringen weil ich einfach solche schlimmen leute ich nicht mehr haben will zum beispiel beim einmal video wurde ich auch tausend mal beleidigt dass ich nicht abusen kann aber ihr seht mit der rocket xtd ich habe klicks ich habe fucking klicks und es ist einfach behindert weil ihr seht ich kann abusen ich weiß ich was euer problem ist so man beurteilt viel zu schnell das ist einfach das sind einfach dumme leute in jeder kommt die gibt es dumme leute aber in der berufs-komitee ist es ganz besonders so finde ich in der qsg-szene hackt einfach jeder aber sind korrekte leute es ist halt wirklich es ist einfach jeder darf sich selber entscheiden aber sind nicht grundlos richtig viele leute gequittet von berufs und mit richtig viel meine ich richtig viele so etwas meine ich das ist regelbett was heute das kann man doch nicht regelbett was man das kann man nicht regelbett was nennen wenn ich etwas geht auch immer mehr kaputt es gibt nur noch leute in rasch ist für den rasch einfach immer mit folie gespielt und mit koppel ich meine wo ist der sinn von bedrohers ich meine ich will bei diesen spaß zu haben wenn beschissene leute drinnen sind und beschissen spielen da was was will man noch wer oben das ist einfach ich hasse es über alles macht es macht keinen spaß mehr aber es fragt was wird denn nach dem kanal kommen ja übrigens ich werde privat noch ein bisschen mehr etwas wieder bringen ich werde privat noch ein bisschen bedrohers spielen ein bisschen im g-rush habe keinen bock mehr weil das nur noch bastarde sind die rumbeleidigen das ist einfach richtig traurig es macht keinen spaß mehr aber ich könnte auf test kommen dann spielen wir vielleicht ein bisschen ein paar runden bedrohers das könnt ihr alles machen ich kann auch mit euch auf neben bedrohers wenn ihr wollt aber so auf jeden fall was werde ich auf meinem kanal bringen denn die allen wissen es vielleicht schon es ist einfach zu und hg ein allgemein zu pvp als das mit zug zu tun hat und auch noch anders zum beispiel ttt und skybox würde ich auch noch ein bisschen bedienen aber von bedrohers wird ausgestorben sein auf meinem kanal fast zumindest wie gesagt ganz selten kommt vielleicht wieder ein video aber es ist einfach richtig beschissen es macht keinen spaß aber bevor ihr abonniert bitte hört mir schnell zu ganz ehrlich jetzt so es ist halt wirklich so ich weiß vielleicht gefällt es euch nicht weil ihr seid eine badwurst-community das muss ich bestätigen und ich bin auch zufrieden damit so habe kein problem damit aber ist er doch eine ganz leise community so ich weiß nicht wie lange das noch gewesen wäre wenn ich über den bad was gebracht hätte loll ist einfach runtergefahren es war das so klar dass sie mich bekommen und auch nicht ne das hat sogar noch gg ja ich bin richtig legend auf jeden fall oder ja und das dinge ist halt bitte leute wenn wir zu es wird zwar super auf meinen kanal bringen vielleicht sollte es einfach wirklich etwas das richtig krass unterhalten und ja es tut leute ist wirklich etwas das richtig unterhaltsam sein kann wenn man das gut spielt und gut schneidet leute ich meine mir persönlich reicht schon ein gutes gameplay von soo und damit es mich einfach total unterhält das ist einfach wirklich etwas mega gut gut ist auch gar nicht range an so ja das ist wie seite der leute das ist wert was diese leute so leute wie basti oder norris kann ich auch schon sehr lange abonniert und ich habe noch gar nicht gut gespielt hat keine ahnung von so trotzdem hat es mich halt total krass unterhalten also bitte geben noch eine chance was sagt wirklich nicht unterhält dann könnt ihr schon die abonnieren und ja der leute ein bisschen ich hasse einfach die leute die legen die kann man sich runter schubsen vielleicht bin ich nicht mehr der bad war schwitzer hier aber ich war doch ein bisschen spiele sollte es ganz klar gehen so das war es auch schon mit dem video ich werde noch zu bringen hat oder auch noch andere sachen aber bett was wird gequittet seine auf jeden fall hoffe ich euch hat mein kanal bis jetzt gefallen und es wird auch weiterhin gefallen und tschau die noch Bis zum nächsten Mal.